Die Stimmung ist großartig und wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Es wird lustig, ich verspreche es Ihnen. Und Sie werden heute wieder viel lernen und vielleicht wird der eine oder andere von Ihnen heute 500 Euro bekommen. Ich werde alles dafür tun, dass es so sein wird und die Damen und Herren werden alles dafür tun, dass es nicht so sein wird. Und wir schauen mal, wer am Schluss die Nase vorne hat. Nicht wahr, Christoph Maria? Das ist aber eine andere Spielshow, über die wir jetzt nicht reden wollen. Da hast du recht, du kleine Schnecke. Es geht los! Wie hast du mich genannt? Ist egal jetzt. Andreas Wenninger kommt aus Hartheim, meine Damen und Herren. Das geht im Odenwald, das wissen wir alle. Und Andreas Wenninger möchte gerne wissen, was ist ein Forellenpuff? Das ist der Ort, wo Hugo Vogeln ja daneben jahrelang an der Tür stand, um kein... Also ich glaube, dass ich an einem Forellenpuff aufgewachsen bin. Ist wahr. Möchtest du das mal reden? Sehr gerne. Mein Vater war ja nicht mehr aus der Familie der Jäger, nein, er war auch Züchter, Forellenzüchter. Es gab Fischteiche in meiner Jugend, wo wir auch im Sommer mal gerne reinplumpsten. Das war sehr unangenehm. Viele, viele Forellen an einem... Das war für die Forellen glaube ich auch vor allem unangenehm. Und ich nehme an, gut ein Puff ist ein Ort, wo sich sehr viele Weibchen aufhalten und freier kommen. Und das wird aus der Fischzucht sein. Und die Barsche machen dann alle rüber, die wollen ja auch mal Spaß haben. So. Ich sage also, es ist ein einzig... Leg' mir am Arsch, da kommt ein Barsch. Das ist äh... Das ist äh... Ja. 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 Das ist äh... Also. Das ist äh... Das ist äh... Das ist äh... Ein geflügeltes Wort bei den fliegenden Fischern. Ja. Ich sage einfach, es handelt sich um einen Teich. Ja. Ja. Das reicht mir. Was fehlt? Sind die beiden Buchstaben hinten dran? Das E und das R? Ursprünglich hieß das ganze Forellenpuffer. So nennt man das, wenn die Forellen sich aufblähen im Zuge einer aufregenden Situation. Dann blähen sie sich auf und dann äh schwillt das hier an der Seite so an, da wo die Kiemen sind. Dann äh schwimmen sie aufeinander zu in einer Kampfsituation zum Beispiel. Und damit das nicht so schmerzt, haben sie den sogenannten Forellenpuffer. Dann knallen sie aufeinander, es tut nicht weh, aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Und das Treffen... Nein! Und das Treffen ist dann der Puff? Ja. Bums, die nächste Frage. Kann es vielleicht... Es gibt doch den Wäschepuff aus dem Haushalt. Der kennt man Wäschepuff? Nein! Das private bitte raus. Das ist so ein Korb. Das ist ein Korb. Bei uns zu Hause war das ein Korb, wo Wäsche drin, schmutzige Wäsche. Ist das vielleicht so eine Reuse oder sowas, wo die so drin sind? So ein Korb für Forellen. Falsch. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich weiß, wo es den gibt. Im Roten Meer. Von wegen Rotlichtmilieu. Rotmeermilieu. Rotmeermilieu. Der Groschen ist kein Jagdbomber, den bitte langsam sacken lassen. Ganz lang. Ja, aber der Herr Balder war ja eben schon relativ zutraulich bei meiner kleinen Fischzucht. Also es ist ein Begriff aus der Forellenzucht, Herr Balder. Ja. So. Und es geht darum, dass viele Weibchen irgendwo rumdümpeln und nur ein oder was weiß ich, was für ein Männchen vielleicht ein Zuchtforeller. Ich glaube, für Forellen das ist natürlich super langweilig. Den ganzen Tag eben, du erklärtest es ja eben schon, nur in diesem Gewässer rum zu hängen und kommst du heute nicht, kommst du morgen, dann werde ich endlich gefangen, jetzt werde ich wieder gemessen und so weiter. Man hat einfach eine kleine Spielecke eingerichtet und Puff ist die Abkürzung für Prima Unterhaltung für Forellen. Ja. 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 Ich würde ja jetzt mal tippen, ich meine, ich frage mich, wie befruchtet sich eigentlich so eine Forelle? Gut, da habe ich keine Ahnung von. Keiner weiß, du weißt. Nein, ich vermute einfach mal, Forellen legen einfach wie alle Fische ihre Eier irgendwo hin. Dann kommt der Barsch. Dann kommt irgendein Fischmann hinterher. Wie du das auch machst. Ja. Und spermt da mal so quer drüber. Jetzt glaube ich, dass der Forellenpuff eine spezielle Einrichtung in einer Zuchtstation ist, wo einfach nur Eier liegen und man dann Fremdforellensperma nimmt und das einfach so reinschüttet. Also Befruchtungsbecken, die so… Wie gewinnt man denn das Fremdforellen? Ich meine, dass man die Forellen… Ich meine, dass man die Forellen… vom Mann, wenn ich… Eben! Sind Sie? Ich bin so süß! Ich bin so süß! Ich bin so süß! Also… Wir sind beim Thema Fischerotik jetzt gelandet. Das glaube ich nicht. Wir sind beim Thema Fischerotik. Wir reden darüber, wie die Forellen ejakulieren. Ist das jetzt das Level, wo wir angekommen sind? Okay. Forellenpuff. Es ist alles ganz furchtbar. Ja, Forellenpuff ist an sich die Frage. Es gibt ja auch Swingerclubs und die machen dann schon mal ein flottes Forellenquintett. Ja. Zum Beispiel. Ja, oder im Puff sind viele alkoholisiert, Forelle blau, ist das vielleicht eine richtige Richtung? Ja. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Ich frag mich ja, wenn es den Forellenpuff gibt, gibt es denn auch die Forellenpuffmutter? So was. Gibt es den Forellenstrich? Das ist dann die Forellenmüllerinart. Die Forellenmüllerinart. Gibt es den Forellenfreier, FF? Der ist ja verständlich. Kommt daher vielleicht der Begriff aus dem FF? Ja, aber genau daher kommt's doch her. Andere Frage, aber wir haben's gewusst. Ich werd's euch sagen. Wir geben Antworten auf lauter Fragen, die nicht gestellt wurden. Das ist das Schöne. Das ist das Gute an der Sendung, dass man immer was lernt, auch wenn man's gar nicht will. Sehr schön. Forellenpuff. Ich sag's euch. Also das mit der Forellenzucht war ja nicht schlecht. Forellenpuff. Ein umzäunter Bereich, in dem man gegen Geld für einen bestimmten Zeitraum so oft darf, wie man will. Nämlich angeln. Nämlich angeln. Und zwar Forellen. Was ist das jetzt? Man zahlt jetzt, was weiß ich, 20 Euro und da kann man dann eine Stunde angeln. Und wenn die Stunde vorbei ist, zahlt man wieder wie ein Puff. Zahlt man wieder 20 Euro. Und deswegen heißt das Ding Forellenpuff und deswegen kriegt Andreas Wenninger jetzt 500 Euro. Gratulation. Ich stelle mir das gerade vor, wenn ich mit einer Angel aus dem Haus gehe und zu meiner Frau sage ich geh jetzt in Puff. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich morgen in einen Puff gehe und sage ich sind 20 Euro, ich möchte gerne das volle Programm. Weil für 20 Euro, für 20 Euro mein Lieber, das war volle Ehrung. Und du darfst dann deinen Angel reinhalten. Ja, ja. Aber ich darf nochmal fragen, es handelt sich wirklich um Fisch, Fisch, Fisch. Das ist klar geworden. Es handelt sich um Fischteiche, wo schon die drin wohnen. Ja, ja. Das ist ja nicht sehr sportlich, wenn dann Leute ihre Angel reinhalten. Nein, das ist nicht sehr sportlich, das ist für Bordellgänger. Für doofe, ja. Ich finde generell, dass Angel super albern auch, dass sie so einen sexistischen Ausdruck dafür nehmen. Puff ist ja super albern eigentlich. Hätte man auch Bordell nehmen. Puff-Bordell. Aber ich habe trotzdem die ganze Zeit so eine kleine Animierforelle vor Augen, die am Teig steht. Und da ist nur ein Piccolo. Ja, Thomas, das sind deine Fantasien, mit denen musst du selber zurecht. Oder die Fische, die machen sich so wie beim Table Dance, dann docken die sich so an die angeln an. Uuuu. 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 Aber nicht einfach. Es geht ja sehr schön. Vor allem, wenn der Freier dann sein Fischstäbchen hervorholt. Das ist ja gut. Stell die nächste Fragen. Und Käpt'n Iglo ist der Zuhälter. Natürlich. Jetzt haben wir es aber auch alles durch. Wir haben alle Varianten geholt. Guck mal, da kommt der Tunfisch. Raus. So, jetzt werden wir langsam das Ziel beenden. Bitte schneiden, bitte schneiden. Martin Stein kommt aus Coburg und möchte folgendes wissen. Warum bekommen die Bediensteten des Vatikan ein doppeltes Gehalt, wenn der Papst stirbt? Weil sie es dann geschafft haben? Ja. Übernehmen. Gehalt. Ja. Es war früher so, die haben einfach immer die Gemächer des Papstes geplündert, um an die Reicherung des Papstes zu kommen. Und dann zahlt man die jetzt ein doppeltes Gehalt. Ich schätze, es ist eine Art Abfindung. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist eine richtige Antwort. Ja, bist du? Was? Was hast du gesagt? Ja. 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 Man hat sich so angewöhnt, ihm gar nicht mehr zuzuhören. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Um solchen Übergriffen vorzubeugen, wurde den Vatikanangestellten doppeltes Gehalt gezahlt, wenn ein Papst starb. Diesen Brauch gibt es auch noch heute. Obwohl der Papst heutzutage ganz arm ist, weil er nämlich kein Gehalt mehr kennt. Denn heutzutage sterben die Päpste ja auch nicht mehr. Das ist das Problem. Die Zeiten ändern sich. Das ist aber auch nicht schön für den Papst. Also ich kenne ihn nicht persönlich. Aber zu wissen, die warten alle nur drauf? Fürchterlich, ne? Nicht schön. Martin Stein aus Coburg, es tut mir leid. Jetzt kommen wir mal zu... Der Beutin da ist ja Polo, der wird sich einiges zusammengeklaut haben. Das können wir rausschneiden. Ich würde ganz gerne zur nächsten Frage kommen. Adam Beer kommt aus Steinhagen, liegt in Westfalen und Adam Beer möchte wissen, warum musste Henry Ford, kennen wir alle, 1923 ein Hotel in Massachusetts kaufen, das er eigentlich gar nicht haben wollte? Tja, warum musste Henry Ford? Ich denke, er hatte einen Termin. Also Henry Ford hat 1923 ein Hotel in Massachusetts gekauft. Es ist ganz peinlich, dass du selber lautet hast. Obwohl er es gar nicht wollte. Vielleicht war das so, dass der... Also zumindest ist das ja heutzutage so mit Namen, und die man sich schützen lassen kann. Vielleicht wollte der irgendein Modell, was er vom Band damals hat laufen lassen. Wie hieß das? Fort T? Fort Fiesta zum Beispiel. So hieß das Hotel. Oder T oder ich weiß nicht, was es gab für ein Modell. Und das Hotel hieß zufällig auch so. Das Hotel hieß Wayside Inn. Das hätten sie auch vorher sagen können, hätte ich mir den Wolf hier sparen. Aber war doch schön. Wie hieß das? Wayside Inn. Der ist nichts geworden. Ja. Warum musste der dieses Hotel kaufen? Ja. Der hat das 1923 gekauft, obwohl das gar nicht wollte. Obwohl das gar nicht wollte. Weil das auf einem Gelände stand, das er kaufen wollte, wo er Fabriken errichten wollte. Falsch. Aber schön. Aber es ging vielleicht trotzdem um das Gelände. Vielleicht war das was... Ja. Der wollte was da machen und dann gab es das nicht. Aber das wollte es abreisen. Der konnte den Namen dieses Landes, Messeschusses, nicht aussprechen. Messeschusses. Und wollte da dann einfach... Entschuldigung, das Hotel nicht das ganze Land gekauft. Naja. Der hat nur das Hotel gekauft. War ein Denkfehler. Okay. Also, warum kauft jemand ein Hotel? Früher schon das Dieter Bohlen-Syndrom. Was kostet der Laden hier? Ja, genau. Und er hat eine Frau gehabt, die sagt, das hätte ich gern, Schatz. Und dann musste der, weil er so reich war, musste der das zur Verlobung schenken. Wundert nicht. Das ist nochmal das erste auf das man dann kommt. Aber es stimmt leider auch nicht. Hat er vielleicht... Entschuldigung. Mein Fehler. Bitte. Hat er vielleicht... Nein, bitte zuerst. Hat er vielleicht... Hat er vielleicht... Also jetzt ohne Scheiße. Ich erst mal. Ich denke, er hat... Es hat etwas mit Spiel... Bitte so. Ich denke, es hat etwas mit Spielschulden zu tun. Wumsti. Nein. Ich denke, er will jetzt auch mal ernsthaft... Wumst! 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 Also er hat mir gestern eine SMS geschickt und gesagt, es hängt nicht mit Spielschulden zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht indianische Vorfahren hat. Und dieses Hotel wurde auf einem alten indianischen Friedhof errichtet. Das finde ich gut. Verarsch du mich. Er musste. Er wollte ja nicht. Nein, aber er musste um des lieben Friedens willen der Gebeine der Vorfahren. So. Cool. Und? Falsch. Schade. Da wäre eine schöne, schöne Indianer-Namen. Kleine Felge. Und wie das alles hätte... Kleine Felge. Das wäre schön gewesen. Ja genau. Häuptlingvergaser. Ja. Das Jahr war 1923. 1923. Bitte zuhören. Da war doch die Wirtschaftskrise da ungefähr in Amerika. Bei Henry Ford glaube ich nicht, oder? Fünf Jahre später. Aber es war doch Depression. Wann hat der Opel den erfunden? Wann Ford Opel erfunden? Ja. Ich glaube, das gar nicht. Aber Ford hat das erste Serien-Auto hergestellt. Ein Auto, was sich jeder kaufen kann, hat er gebaut. Und hat das irgendwas mit der Autoproduktion überhaupt zu tun? Überhaupt nicht. Eben. Das war mit dem Reichtum. Es waren familiäre Gründe. Es waren freundschaftliche Gründe. Ich denke... Entschuldigung. Ich dachte, der ist fertig gewesen. Zum Beispiel der Chefkonstrukteur von Ford. Kann auch sein, dass dessen Oma, das war die Besitzerin von dem Hotel. Und der ging jetzt finanziell richtig dreckig. Denkbar. Und da hat der Konstrukteur gesagt, ich entwickle dir jetzt ein ganz geiles neues Modell, wenn du meiner Oma ihr kleine Hotelchen auch kaufst und die damit rettest. Hallo. Hört ein Schuh dran. Die Frage ist... Ich denke, das ist eines der ersten Steuersparmodelle, die wir überhaupt kennen in unserem Wirtschaftskreislauf. Heute macht man ja viel mit Hedgefonds und mit Schiffswracks und so weiter. Und derzeit... Hallo? Hat man ein anderes Wort für Steuersparmodelle? In dem Zusammenhang? Hotel, Messe, Schussitz. Geldanlage. Hat nichts damit zu tun, aber klingt gut. Ich glaube, was man auch gerne hat, ist, dass in alten Hotels, das gibt es sogar noch in New York, sofern ich weiß, dass Leute, bevor diese Häuser Hotels waren, Mietverträge abgeschlossen haben mit den Besitzern dieser Häuser. Und dass man die nicht wirklich rauskriegt, weil diese Mietverträge bis auf Lebzeiten also terminiert sind, sprich bis zum Tode, dürfen die drin bleiben. Und wenn man die nicht rauskriegt, dann kann man das Haus nicht einfach abreißen. Dann muss man das Haus kaufen, dann hat man es schon mal und dann wartet man, bis die nicht mehr so fit sind. Das war Uli Wickert aus New York zurückzugehen. Das war total witzschreifend. Ich habe keine Ahnung, ich frage mich nur, von was für einem Hotel gehen wir aus? So ein kleines Oma-Hotel mit irgendwie vier... Oder ein Forellenhof. Ich wollte gerade sagen. Oder so ein Hild mit irgendwie 297 Stockwerken auf jeder Tasche, 360 Zimmer. Spielcasino, vielleicht Spielschulden, das war vielleicht ein Spielcasino. Warten wir eben schon, hat er so gemacht. Hat er so gemacht, das heißt nein, nee, dann war es das nicht, nee. Bei Familie hat er aber eben, das ist mir aufgefallen, da hat er nämlich seine Lippen so etwa 20 Zentimeter nach vorne geschwenkt. Das ist ja immer so... Es hat doch nichts mit Familie zu tun und ich glaube, ich sage es euch, ihr seid ziemlich weit weg. Das Wayside Inn in Massachusetts zu kaufen war für Henry Ford die einzige Chance, der Boss von Benjamin Lovett zu werden. Und ich sage euch, wer Benjamin Lovett war. Sehr gerne. Lovett war in diesem Hotel als Tanzlehrer angestellt, spezialisiert auf Square und Round Dances. Und Henry Ford und seine Frau waren leidenschaftliche Anhänger dieser Tänze. Und Ford machte Lovett das Angebot, mit ihm nach Detroit zu kommen. Und Lovett, ein Ehrenmann, sagte ab mit der Begründung, er habe einen festen Vertrag mit dem Wayside Inn. Und so hat Henry Ford kurzerart das ganze Hotel gekauft, wurde der neue Boss von Mr. Lovett und nahm ihn als Privatlehrer mit nach Detroit. Da hätte man auch drauf kommen können. Da hätte man drauf kommen können. Ja. 500 Euro für Adam Bär aus Steinhardt. Ich gratuliere Ihnen. Wir kommen zu Judith Meyer, sie wohnt in Hannover und hat folgende Frage. Warum jagen Kapuzineraffen Tausendfüßler, die sie dann wie einen Joint im Kreis rumgehen lassen? Das frage ich mich seit Jahren. Dann wirst du heute die Antwort erfahren. Ich freue mich drauf. Wie witzig Kapuzineraffen jagen Tausendfüßler, sitzen im Kreis zusammen die Äffchen, nehmen diesen Tausendfüßler, machen irgendetwas mit dem und geben den dann weiter. Exakt. Die lassen sich die Ohren... Die rauchen die aber nicht. Das wäre ja ganz furchtbar. Ohne Witz, ich glaube, was machen denn Tausendfüßler, wenn sie gefangen werden? Die sind hektisch und kribbeln rum. Also entweder sie nutzen das zur Massage, zu einer kleinen erotischen, oder sie lassen sich damit die Ohren putzen, meine Lieben. Das klingt jetzt ekelhafter als es ist, aber es ist so... Ja, aber Kinder, der Tausendfüßler heißt doch nicht umsonst Tausendfüßler. Und die werden dann nach für nach die kleinen Beine essen. Das ist halt eine besondere Köstlichkeit. Sie lieben mich nicht. 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 Ja! 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 Ich nehm das nicht! Die Kapuzineraffen ist involviert. Sehr gut. Also wenn ich Tausendfüßler esse, ich schmeiß die immer in Gänze in heißes Wasser. Da werden aber nicht vor die Füße gezogen. Und ich verbitte mir auch solche Anmerkungen, weil hier sitzen mindestens zwei Vegetarier. Sag mal, was fressen denn wiederum Tausendfüßler? Nicht, dass die vielleicht... Kapuzineraffen! Nein, die wollen denen zuvor kommen. Nein, aber genau auf dem Trip war ich gerade nämlich auch. Der Kapuzineraffe an sich ist ein sehr träger Affe, hat überhaupt keine Lust den Kollegen zu entlausen. Nimmt den Tausendfüßler und sagt, komm, guten Appetit und ich hab beide Hände frei. Ja, also ist quasi der Tausendfüßler der Praktikant des Kapuzineraffen. Und der Kapuzineraffe ernährt sich ja nur von Kresse der Gleichnamigen. Was? Ist das so? Kapuzinerkresse? Wissensspannisch lustig, aber es ist ein Wissenssprung. Aber kann das sein, dass die genutzt werden zur Entfernung irgendwelcher Parasiten, irgendwelcher komischen Tiere, die da sind, aber nicht da sein sollen? Sagt Hella doch. Äh... Das Problem ist... Zur Entfernung nicht, nein. So, aber Aufspülbon? Nein. Vielleicht... Parasiten ist aber nicht wichtig. Wenn es nicht das Auf, was auch immer ist, vielleicht ist es das Umgekehrte. Ich gebe zu, es wird ziemlich eklig. Ich bitte alle... Ja, das sind wir ja von Ihnen gewohnt, Herr Räug. Stimmt, ich rede Sie manchmal mit Vornamen an. Und zwar, vielleicht sind die... Der ist gut. Der ist gut. Der war doll jetzt, ne? Der ist ein wittiger Kerl. Der fand ich auch klasse. Ja, ich finde den Hugo auch klasse. Der war doll, ne? Aber jetzt das Eklige. Ja. Genau, zurück zu dir. Jetzt das Eklige. Und zwar der ist glitschig. Okay, ich bin... Ihr macht mich fertig. Nein. Komm, wir geben dir die Halbstunde den Gedanken sehr hoch. Ich finde, ihr solltet das Höckerchen jetzt mal in Ruhe ausversichtlich. Hier ist eine ganz komische Aggression hat im Stuhl. Komisch und ihr richtet sich nur gegen einen. So. Ja. Ich bin bei dir. Ja, Hella. Das hat er befürchtet. So. Aber Hella, wenn diese Entfernung bei mir ist, weißt du, wie einsam ich mich dann fühlen muss? Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Komm Thomas, ich könnte es noch wechseln. Komm Thomas, stellst du dich da mal auf. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Und jetzt erzählt der Bernhard mal und ihr seid mal richtig still. Ich wollte ja nur darum bitten, dass ihr auch das Kostüm tauscht. So und jetzt erzählt uns mal das Eklige. Ich glaube, der Tausendfüßler, der kotet aus und das desinfiziert Wunden und das ist im Prinzip so die Bibantin für Kapuziner. Das finde ich geil. Das ist eine total geile Erklärung und wehe, die stimmt nicht, Balder. Was ist denn dann? Was? Was ist denn dann? Dann setze ich mich wieder dahinter. Die stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht? Nee. Dann tausch bitte. Ich beschütze ihn auch. Nein, ich beschütze ihn auch. Also, was könnte denn so ein Kapuzineraffe mit so einem Tausendfüßler sonst noch so? Musik machen. Musik? Ja. Nicht schlecht. Die kommen. Genau, in so einer Walt Disney-Produktion. Gibt er den an alle weiter oder nur so an bestimmten? Nee, an die, die da sitzen. An alle würde wahrscheinlich Jahrhunderte noch. Ja, ja, das ist... Nein, weil ich hatte mir sowas überlegt. Vielleicht ist das so eine Art Paarungsritual. Also, wir geben ja Blumen, die gut riechen, wie zum Beispiel Rosen. Und so ein Kapuziner. Ach, ja, Leute, ihr kennt die nicht. Und zwar, das geht so, die nehmen sich so einen Tausendfüßler, reiben den sich unter den Achsensagen. Ja, und dann? Also, wenn der Hohekker wüsste, dass er gar nicht so weit weg ist. Und dann sagt er, du gehörst zu mir und streicht das so ab. Das ist die Pinsel. Dann muss er es wissen, er ist mit einem Sternzeichen Kapuziner. Mit Mammut im Aszendenten. Aha, vielleicht hat es wirklich, also Balzen, Paarung, irgendwie die Richtung scheint zu stimmen, ne? Nee, eher so für Entaggression oder so. Entaggression. Ja, wie heißt das? Degression. Ja, heißt das so. Danke. Wir werden, Judy, die 500 Euro gönnen und ich werde euch die Antwort sagen. Kapuzineraffen machen sich das Gift des Tausendfüßlers zum Nutze, das die Affen vor Moskitos schützt. Die kneten den bis zu acht Zentimeter lang Tausendfüßler mit den Händen, nehmen ihn in den Mund, ohne das Tier dabei zu zerkauen und reiben sich dann den mit Insektengift vermischten Speichel ins Fett. Bäh! Ja, und werden somit vor Moskitos stichen geschützt und wenn sie das fertig haben, geben sie den weiter an den Nächsten und der macht das auch. Und der hat so viel, der ein kleiner Tausendfüßler hat da so viel? Das reicht für so eine Sitzgruppe, für so eine Affengruppe. Also so wie wir jetzt hier. Judith aus Hannover, 500 Euro für diese Frage. Ich gratuliere Ihnen. Wir haben hier im Publikum einen Herrn sitzen, er kommt aus Oberhausen und heißt Siegfried Haberkamp. Wo ist er? Da oben ist er, Herr Haberkamp. Hallo Sigi! Mensch, Sigi, hallo. Siegfried Haberkamp hat eine sehr schöne Frage, meine Damen und Herren und ich darf Ihnen vorab sagen, Sie kommt nicht von mir, auch nicht von unseren Autoren, Sie kommt von Siegfried Haberkamp. Bitte nicht gucken. Das ist spät! Bitte alle Beschwerdebriefe an ihn und Siegfried möchte wissen, was ist dein Schwanzpreis? Das ist das, was Siegfried zu Hause in der Vitrine stehen hat. Also ich gehe mal davon aus, dass wir bei einem Wettkampf sind, der Schönheit von Hahnen, Kaninchen oder Hunden. Bin aber jetzt eher, weil Kaninchen und Hund sehr naheliegend ist, bei Hähnen, bei einer Hühnerausstellung. Der Hahn an sich hat doch diese schönen Schwanzfeder. Ach, wenn der so doof guckt, der Hahn, dann bin ich schon wieder weg. Ich gucke sehr interessiert jetzt. Gut, also es ist ein Preis für den schönsten Schweif eines Hahnes bei einer Hahnenausstellung. Na also, nein. Sag einmal kurz mal für uns, wird das Wort so geschrieben, wie wir vermuten? Das ist ein Schwanz wie der Schweif und Preis wie die Kosten. Was? Nein, das ist irgendwie anders. Es ist auch sicher, es ist nicht die Währung im männlichen Forellenpuff. Das ist auch. Aber ich bin schon wieder in Fels und Firn und ich bin schon wieder in der Jagd. Und ich weiß, dass es damals so zum Beispiel, wenn der Fuchs an sich gerne, wenn Tollwut war im Wald, dann haben die Jäger viel die Füchse abgeknallt und zum Beweis für die Stadt gab es irgendwie, haben sie die Schwänze abgemacht, dann haben sie irgendwie Kohle gekriegt pro Fuchs oder pro Hüsse, Hüsse, Hüsse. Also es ist der Schweif eines Tieres und als Prämie gibt es einen Preis, wenn der Jäger den Schwanz abgibt. Hat nichts mit der Jagd zu tun. Aber es geht um Schwänze von Tieren und es gibt Geld für die Schwänze von Tieren. Nein. Es gab mal eine Sendung, die hieß, der Preis ist heiß. Und ich denke, nicht von Harry Weinverbindung. Nein, aber ich denke, dass Beate Use da ein nicht jugendfreies neues Format rausgemacht hat, der ist schwanzpreisig heiß. Und das läuft nur im Erwachsenenkanal, in ausgewählten Hotels in Messing. Privat bei Christoph. Würde mich von dieser Richtung mal total entfernen. Von der Richtung Beate Use oder Richtung Tiere? Kinder, ich komme auch nicht aus meiner Haut. Tiere ist gut, aber Beate Use ist ganz schwanzig. Also es geht nicht um den Schwanz. Also es gibt so Länder, wo irgendwie Heuschreckenplagen dadurch besiegt werden sollen, indem man für jede gesammelte Heuschrecke irgendwie so 10 Cent bekommt oder indische Drachma oder sowas. Aber das wurde ja schon abgelehnt in Verbindung mit den Hühnern. Gut, die Stimmung ist im Keller. Aber es sind tierische Schwänze. Also es sind tierische Schwänze. Wer hat denn, welches Tier hat denn viel? Ich frage jetzt nochmal zweimal ganz dreifend. Geht es um Prämien für Schwänze? Nein. Nein. Geht es um Auszeichnung für Schwänze? Nein. Vielleicht, verstehen wir es nur falsch, vielleicht kam einmal ein Mann und hat gesagt, also Siggi kam und sagt, Guten Tag, ich hätte gerne einen Preis für meinen Schwan. Und dann hat der Preisrichter gesagt, zzzz. Ich schätze, ich schätze, der arme, arme Siegfried hat einen ganz seltenen Essfehler. Der muss an jedes Ende eines jeden Satzes sein Ess hängen. Schwandpreis. Ja. Und hat dann irgendwann gesagt, welchen Preis zahlen Sie für meinen Schwand? Wie wäre es denn mit Marathonlauf? Und es ist so ein Trostpreis. Man sagte auch, da kommt noch so ein Schwanz Leute hinterher. Die sind halt überhaupt nicht aus den Socken gekommen und die kriegen zum Schluss diese Flechtfokale. Es geht um Tiere. Es geht um Tiere, das ist das Problem. Ah, Pferde, es geht um Pferde. Pferde, es geht um Pferde. Ja, weil doch so lustige Flechtfrisuren gemacht werden. Tierschlechter, akustiker, könntest du etwas lauter? Nein, tatsächlich, die werden doch so schön geflochten und da werden Sachen reingebaut und geflochten. Es ist eine... Ja, aus dieser May-Pony-Meld. Es gibt doch für kleine Mädchen diese ganzen Pferde, die geflochten. Was heißt denn Pferd auf Französisch? Cheval. Cheval. Das ist ja der Ritter. Ah, das heißt ursprünglich Schwalpri. Und das ist für alle... Ist es eine Supermarktkette? Schwalpri? Nein, Schlüsken heißt sie. Cheval. Und das hieß, genau, das ist, ich glaube, ist das... Also es hat nichts mit Pferde zu tun. Ich wollte mal wissen, ob ihr wisst, was... Nein, Mann. Weihraus. Ach, 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 ach. Nein, meine Ängste. Komm mal, komm mal. Aber klug sind wir, ne? Komm mal, gehen wir mal an. Wir sind fünf. Du bist gerade mal einer. Ist ja gut. Also es hat nichts mit Pferden zu tun. Aber es hat mit Tieren zu tun. So was sehen wir doch, oder? Warten wir, war die Jagd schon ausgeschlossen worden, Hella? Ja, irgendwas bei Jagd, denke ich, auch selten. Also einfach, dass sie, wenn etwas gejagt wird, und es sind irgendwelche Tiere, die praktisch unzählig sind oder unzählbar sind vielmehr, und dass man da nicht die einzelnen Tiere nimmt, hinlegt, wiegt oder was auch immer, sondern man nimmt die Dinger beim Schwanz und zählt nur die Schwänze und dann weiß man... Oder so wie es ein Kopfgeld gibt, gibt es auch einen Schwanzpreis. Bei besonders seltenen Tieren beispielsweise, wo man, wo, vielleicht gibt es bestimmte Kulturkreise, wo der Schwanz oder, darf ich kurz ausreden? Ne, finde ich aber gut. Wie ist es denn mit Kirschnerei? Ich darf nicht ausreden. Also es gibt doch Pelzmenschel, ich meine, wir finden alle Pelz peinlich, aber es gibt doch so zum Beispiel Hermelin. Ich habe Pelzunterwäsche an gerade. Ja, ist gut, danke. Bereit Sie bitte jetzt. Ich finde das noch nicht so peinlich. Nein, aber wie wäre es denn mit der Kirschnerei, Pelzschwanzpreis, wenn jetzt so Hermelin-Kragen nur aus den Schwänzen von einem Marder oder Hermelin hergestellt werden und es hat was damit, ach Gott, es hat gar nichts damit zu tun. Siegfried, wollen wir Sie erlösen? Ja, ich finde es eigentlich halt, der soll es tun. Wir kommen einfach mal einen Moment zu uns runter. Wir sind auch ganz lieb zu dir. Es geht um Tiere, das haben wir schon gesagt und ich sage euch, was ein Schwanzpreis ist. Einen Schwanzpreis bekommt man beim Brieftaubenwettfliegen. Klar. Ja. Und zwar belohnt werden hiermit nicht die Sieger, sondern die letzten platzierten Tauben. Das war Schwanz. Also Schwanzpreis, weil es die letzte Taube ist, die einen Preis erhält. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Wettfliegen passiert und man sagt, okay, man vergibt zehn Preise, dann bekommt die Taube, die als zehnte reinkommt und mit dem Popo da diese Zielfluglinie durchfliegt, kriegt den sogenannten Schwanzpreis. Ich hätte mir den Siegier mal besser angucken sollen, dann wäre ich auf Taubenzüchter gekommen. Siegfried, 500 Euro. Ich gratuliere Ihnen. Meine Damen und Herren, wenn auch Sie eine schöne Frage haben, dann können Sie uns die einfach schicken. Genial daneben 50 616 Köln oder Sie rufen an 01378 105 20 oder eine Mail fragen at genial daneben.de. Wir kommen zu Babette Hildebrandt aus Möglenz. Sehr gerne. Ja, liegt bei Leipzig. Und Babette Hildebrandt aus Möglitz möchte gerne wissen, woher kommt die Redewendung? Auf dem Holzweg sein. Auf dem Holzweg? Also wenn jemand auf dem Holzweg ist, ist es eben gar nicht auf der richtigen... Oh, der Hoäcker weiß es schon, wie praktisch. Dann ist er auf dem falschen Weg. Hoäcker weiß es, bitte schön. Nein, ich weiß es nicht. Ich vermute nur, die Holzwege sind die Wege, auf denen Holz transportiert wird und die enden im Nichts. Richtige Antwort, Pfanne. Also Holzwege sind Wege, die von Holzfällern angelegt werden zum Abtransport der Hölzer und ausschließlich nur für diesen Abtransport von Bäumen bestimmt sind. Und diese Holzwege enden mitten im Wald, eben da, wo der letzte Baum gefällt wird. Und wenn man da auf diesem Holzweg ist, dann ist man weg, verloren. Dann ist man auf dem falschen Weg. Das ist ja super. Dann ist der Holzweg. Hervor. Ja, ich hab's mir fast gedacht, Babette, aber naja, gut. Herr Hoäcker, es tut mir leid. Julia Baunemann kommt aus Leun und möchte wissen, was ist ein Spagatprofessor? Ein Spagatprofessor? Das stimmt. Das ist bestimmt an so einer russischen Elite-Uni, wo diese ganzen kleinen Turnerinnen gezüchtet und gequält werden. Ja, ich erinnere mich an Olga Korbut und ihre Schwestern aus meiner Generation. Hieß die Korbut oder Skorbut? Nee, die hieß, glaube ich, Korbut. Korbut, ja. Olga Korbut. Und die sehen doch immer so ein bisschen unglücklich aus, wenn sie, und das ist der Professor in Novosibirsk, der die da trainiert, damit die am Schwebebalken noch lächeln, obwohl sie bis hier voll Schmerz stehen. Nicht schlecht. Ich glaube, es ist eine Heuschreckenart. Oh, hallo? Aha. Aha. Wie dies? Da darf ich nichts zu sagen. Hahaha. 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 Das ist, das ist, das ist top secret. Top secret. Gut. Also ist das vielleicht, dann sage ich es auch nicht weiter. Man sagt, wenn jemand einen Spagat kann, auch im übertragenen Sinne, dass der sehr konträre Dinge vielleicht beherrscht. Es ist vielleicht an einer Universität ein Professor, der jetzt erstmal vielleicht nicht so, bei nicht so naheliegenden Fächern in beiden eine Professur hat, wie zum Beispiel, was weiß ich, Latein und Kommunikationswissenschaften oder so. Synologie und Bowling zum Beispiel. Ist Bowling ein Professurfach? Ja, in Massachusetts. In Massachusetts schon. Ja, aber ich finde den Gedanken super, dass das irgendwas mit Akademik ist. Was mit Akademikern zu tun hat. Denke ich auch. Das läuft ja, das liegt ja auch nah, wegen dem Professoren. Das ist vielleicht jemand, das der Medizin studiert sich damit eigentlich verschrieben hat, dem Wohle des menschlichen Körpers und des menschlichen Geistes zu dienen, sich aber trotzdem gleichzeitig korrumpieren lässt von der pharmazeutischen Industrie, weil der beispielsweise sein Studium finanziert und er schafft den Spagat zwischen dem menschlichen Wohl und dem vielen, vielen Geld, ist totaler Blödsinn. Totaler Blödsinn. Aber sehr, sehr gut erklärt jetzt auch. Ja. Doch, also ich bin auch ergriffen jetzt. Ne, ist klar. Gut, geht es denn um Akademiker, Herr Balder? Professor? Spagat. Oh. Spagatprofessor. Vielleicht hat Anke ja recht und es ist aus dem Tierreich. Ich finde, solche Namen trifft man immer wieder im Tierreich an. Gerade bei den Sekten. Immer wieder. Aber manchmal kann es auch eine Apfelsorte sein. Es gibt auch die lustigsten Apfelsorten. Zum Beispiel? Spagat-Tartan. Äh, Spargel-Tartan. Spargel-Professor zum Beispiel. Das ist eine sehr seltene Apfelsorte von Bodensee. Und du bist Pomologe? Ich bin Pomologe. Ja, absolut. Das sind Apfelspezialisten. Wir sollen auch was lernen heute. Das war aber nicht die Frage. Nein. Es hat nichts mit Gemüse, Obst. Es ist eine Beleidigung. Es ist eine Beleidigung. Eine Beleidigung. Das ist auch schön. Wenn man irgendwo reingesagt, Sie Spagat-Professor, dann ist das also unter all den Sportpädagogen, um nochmal da wieder rauf zurückzukommen, die größte Beleidigung, weil wenn man zum Beispiel jetzt Zehnkampf-Professor sagen würde, dann würde man sich geschmeichelt. Ich frage jetzt mal, Julia, soll ich ein bisschen helfen? Julia, was meinen Sie? Ist das vielleicht ein Brückenbauer? Julia hat genickt. Julia hat genickt. Dann sage ich euch, dass es sich tatsächlich um einen Professor handelt. Die Frage ist, was für einen Professor? Also ein, richtig, einen habilitäten... Ein Spagat-Professor. Ein Spagat-Professor. Ein Spagat-Professor. Und es hat nichts mit Brückenbau zu tun. Nein. Aber mit Fächer über den Scheiß... Ich bin ja auch diese Fachrichtungen, dass bei den Fachrichtungen eine totale Diskrepanz herrscht oder dass er etwas anpeilt, wenn er seine Professur erlangt und dann kurzfristig doch etwas ganz anderes macht. Zum Beispiel Taxifahren. Nein, aber... Er hat zwei Fächer, die überhaupt nicht zusammenpassen. Feminismus und Heavy Metal unterrichtet er so weit. Das passt ja nicht zusammen. Warum passt das nicht zusammen? Das will ich auch mal wissen. Ich glaube, es gibt so Professoren, die haben irgendwie Mathematik studiert, machen aber die Professur dann in Philosophie. Und dass das ein Spagat-Professor ist, der seine Professur in... Vielleicht ist es keine so eine richtige Uni. Vielleicht ist es so eine komische, wo man ganz viel Geld bezahlt und jeder wird Professor. Man wird doch oft auch... Es gibt doch diese Akademie, die stimmen gar nicht. Das sind Schmierprofessoren. Ja. Fährst du auf die Dominikanische Republik... Wie ist es denn, wer das einfache Professor ist, der an zwei verschiedenen Universitäten unterrichtet? Nämlich einmal in Hannover und einmal in Berlin. Bisexualität! Bisexualität! Ist es ein bisexueller Professor? Oder ist es so, dass der, so wie wir an der Schule auch Ersatzlehrer hatten, dass er an einer Universität... Hatte er Ersatzlehrer? Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, um mal drüber zu reden. Dass also so ein Spagat-Professor, ja einfach so mehrere... Ich weiß nicht wohin das für. Würde es euch... Dass er mehrere verschiedene Fächer-Design nennt und auch kompetent ist. Lass Hugo kurz einen Tipp geben. Würde es euch helfen, wenn ich euch die richtige Lösung sage? So war ich. Ganz letzter jämmerlicher Versuch von mir. Vielleicht ein Professor, der sowohl an der Universität, wie auch an einer normalen Schule unterrichtet. Es ist alles schön gedacht, es ist viel zu kompliziert, es ist viel einfacher. Es ist, um nicht zu sagen, so einfach, dass keiner drauf kommt, deswegen sage ich es euch. Ein Spagat-Professor, so nennt man im Amtsdeutsch einen Hochschulprofessor, der nicht in der Stadt wohnt, an deren Uni er einen Lehrstuhl hat. Da waren aber unsere Angebote viel lustiger. Viel lustiger, viel besser, ändert nichts an der Tatsache, dass das richtig ist. Und Julia Baunemann aus Leuen um 500 Euro reicher ist. Ich gratuliere Ihnen. Ralf Brunke wohnt in Mühlermann der Ruhr. Und Ralf Brunke möchte wissen, was versteht man unter der L-Stellung? Christoph, du darfst jetzt alle Gags machen, die der da zeigt. L wie Französisch, sie oder L wie L? L. Lörner. L wie Löffelchen. Ist es die Löffelchen-Stellung, die beliebte Löffelchen-Stellung? Ja natürlich. Tut doch nicht alles aus, ob wir die nicht kennen. Die Löffelchen-Stellung. Natürlich kennt man die. Wie sieht denn die Löffelchen-Stellung? L. Lörner. Löffelchen-Stellung. L. Löffelchen-Stellung. L. Löffelchen-Stellung. Löffelchen-Stellung. Löffelchen-Stellung ist ja etwas ganz Kuscheliges. Das ist, wenn man so im Bett liegt so wie zwei kleine Löffelchen, das kann man doch mal machen! Es gibt größere Löffel, es gibt Tee-Löffel, es gibt Espresso-Löffel. Und wenn der Löffel dann mit der Gabel, dann sind das kleine Löffel Kinder. Sehr kleine Löffel Kinder. Wenn die nicht artig sind, dann kriegen die was hinter die. Wir hatten doch neulich mal die A-Stellung. Was ist denn die L-Stellung? Die A-Stellung? Ist das nicht was von... Die Vordreistellung. Die Skispringen, die kommen dann so an und zwar knicken die ihre Beine so im rechten Winkel nach vorne. Ja und kommen dann sehr verbunden nach außen. Sehr schön. Aber wir wollen ja ernsthaft uns tun. Und deshalb glaube ich, hat die L-Stellung tatsächlich was mit Geschlechtsverkehr zu tun. Das ist doch ein Thema, über das man wirklich ganz frei im dritten Jahrtausend reden kann. Ich glaube, in der L-Stellung findet man den G-Punkt. Wie soll das jetzt funktionieren? Das will ich gar mal vorführen. Wo soll ich das denn wissen? Ich kann doch hier nur angelesenes Wissen weitergeben. Hugo, äh, Hugo, äh, Hugo ist richtig. Also, wir kommen ja kein Schub weiter irgendwie. Ich habe zweieinhalb Jahre Zivildienst auf einer Psychiatrie gemacht. So was ist mir nie begegnet. Ist ja unglaublich. Bist du sicher, dass du da nicht eingesessen hast? Lass uns mal einen ganz harmlosen Bereich nehmen. Sesamstraße. Da gibt es doch immer den Mann, der die Buchstaben zum Beispiel verkauft. Und das ist dessen Beruf, dieses L zu verkaufen oder dieses U. Das ist der, der die L-Stellung bei der Sesamstraße hat. Dann gibt es aber auch die A-Stellung und B-Stellung. Und C-Stellung. Und D-Stellung. Ja, das sind ganz viele. Die teilen sich den Job. Das ist ja heute auch wichtig, dass mehrere Leute auch mal zusammensitzen. Sind wir in einem... Super auf der Waldorfschule gewesen. Hallo. Ja, wir kommen nicht weiter. Wir kommen nicht weiter. Wir sind hier in einem Bücherregal. Wenn man keine Buchstütze hat, dann legt man doch ein paar Bücher so rein, damit die nicht alle... Das ist ja interessant. Ich glaube, das kommt aus dem Tierreich. Und zwar kennen wir doch alle die Murmeltiere. Die... Ich sag so die Zugvögel. Zugvögel. L-Stellung. Das ist eher V. Ja eben. Und am Ende gibt es ja auch eine L-Stellung. Warum? Weil das schön aussieht. Tanzsport. Tanzsport. Da bin ich ja auch... Also das gibt ja so Stellungen... Das hatten wir ja schon mal. Den alten Schweden. Ich mach's nicht. Leider. Aber man sagt ja zum Beispiel, beim Tanzsport, beim Paso Doble, da ist die Frau das Tuchst. So hab ich das ja gelernt. Die Frau ist das Tuch, der Meister Toreo. Beim Tango gibt's das Tango. Aber das ist ein Frau rotes Tuch. Das stimmt so nicht, weil wir können ja schön einkaufen gehen. Aber, weil, vielleicht ist die L-Stellung zum Beispiel beim Lombarda, dieses Lombarda, wo man sich so innen und unten verhakt bis zum Geschlechtsverkehr. Und das heißt L-Stellung. Tanzsport allgemein. Vielleicht kommt ihr ja auch, die L-Stellung aus dem Chinesischen heißt in Wirklichkeit R-Stellung. Herr Beller, das ist nicht komisch. Ich kann doch überhaupt nicht drüber lachen. Ich versuche mir wirklich eine Antwort zu geben. Und du fangst mit so einer Schluss. Das soll doch Spaß machen hier. Was haben Sie denn vorher gesagt? Ich kam ja nicht zum Handwerk. Handwerk. Handwerk, sagte ich. Die Art, wie man Dachziegel oder wie man Hölzer... Die Art, wie man Dachziegel, aber Handwerk ist falsch. Wie, Sie gehen jetzt noch einmal so weit zurück, nur um mir nochmal zu sagen, das war falsch. Ja, ich hab's ja nicht gesagt. Ich glaube, das ist Mobbing am Arbeitsplatz. Und das ist die L-Stellung. Leute, da wird gleich ein Stuhl frei. Soll ich's euch sagen? Ja, bitte. Nein, lass uns doch was fragen. Ist ein Polizeibeamter unter uns? Sie wissen's, ne? Natürlich. Das lernt man in der Grundausbildung der Polizei. Die L-Stellung bezeichnet, als L-Stellung bezeichnet man die Position, in die sich zwei Polizeibeamte begeben, wenn sie eine Person kontrollieren. Ich mach das mal kurz vor. Heuka, steh mal auf hier. Ja, bleib mal, bleib mal da. Ich steh auch mal auf, Thomas. Stellt euch mal diesen Tisch hier weg. So, das ist jetzt der Kriminelle. Wer? Der Zwerg. Der Zwerg. Ja. Genau, dann steht einer hier und einer da. Ja, und der Kriminelle stellt sich in so einem Fall lieber so rum. Genau. Und das bezeichnet man in der Polizeisprache als L-Stellung. Aha. Das lernt man natürlich sofort in der Grundausbildung, das wissen wir. Eine sehr schöne Frage. Ralf Brunke aus Mülheim, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Bernd Birkenfeld aus Berlin möchte gerne wissen, warum ist die Empfängeradresse bei abonnierten Zeitschriften immer auf dem Datum verkehrt herum auf der Vorderseite gegangen? Ja, aber was ja viel schlimmer ist, es ist immer auf dem Datum. Ich kann nie sehen, von wann die Zeitung ist, weil meine Adresse immer auf dem... Ich bin so dankbar für diese Frage. Ich zeig's euch mal. Ich hab mal eine weggebracht. Das ist also ein Stern, ich hätte auch eine bunte oder andere nehmen können, völlig wurscht. Und die sind immer so drauf, immer verkehrt rum. Ja, das Schlimmste ist, bei den Zeitschriften, ich zu Hause habe, ist immer eine Adresse drauf und ein Name, die mit meiner Adresse und meinem Namen dann zu... Das wundert mich. Na, weil wegen der Zustellung, der diese Abo-Dinger zustellt, der muss die ja aus der Tasche ziehen zum Beispiel oder aus irgendeinem Behälter oder Karton und die werden so rum reingestapelt und damit er sieht, das muss irgendwie so rum, ist es offensichtlich einfacher, die rauszuziehen. Ja, aber warum sind die denn dann nicht da oben? Ja, weil da ist der Tipp sehr zugeklebt. Man sieht nicht so... Du hast... Ja, es lebt. Ja, pass auf, stell dir vor, ich bin Postbote, du bist Postbote, ich bin... Umgekehrt. Oh, ein Sketch. Dann sehe ich hier so, du Briefkasten, ich sehe so, ah, Herr Balder, der kriegt nix, geh woanders hin. Dann sehe ich hier, ah, das ist für den Herrn Balder, dann lege ich das so in den Briefkasten, dann kommt der Herr Balder, nimmt es so heraus und sieht, hey, ist für mich. So, und jetzt du. Also, im Prinzip habt ihr es schon gesagt, außer Hohike habt ihr es richtig gesagt. Es stimmt, dass es für den Briefträger so angeordnet ist, dass er, wenn er reingreift, einfach sieht, um wen es sich handelt. Und es stimmt, dass man es nicht hier oben raufkleben darf, weil sich die Zeitschriften verbitten, über das Logo zu kleben. Deswegen ist es eine richtige Antwort, meine Damen und Herren. Das war großartig, hätte ich für mich gedacht. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Hallo, und können wir jetzt bitte nochmal, darf ich denn jetzt meinen Appell nochmal an die Postverklebe-Adressenstelle senden? Könnt ihr bitte aufhören, bei meiner Tageszeitung die Adresse immer über das Datum zu kleben? Und ich möchte auch noch was loswerden an die Postverklebe- Moment. Ich möchte auch noch was loswerden. Ich habe heute schon wieder Post gekriegt für die Eheleute Christoph und Maria Herbst. Meine Damen und Herren, mit diesem eindringlichen Appell möchten wir diese hervorragende Sendung beenden. Es war großartig, es hat großen Spaß gemacht, das war genial. Daneben einen schönen Sonntag. Applaus Vielen Dank.